Lass ein Abo da, lasst ein Abo da, ja, vergesst ihr nicht mehr auf YouTube zu folgen, wie immer, lasst ein Abo da, wenn ihr diesen Video euch gefällt, lasst ein Abo da, schreibt jetzt in die Kommentare, ja, einige wird es eh nicht machen, ich sag das immer immer wieder, ich sag das immer immer wieder, vergessen wir nicht zu liken auf YouTube und auf Instagram müssen wir auch folgen, Pavone, also Pavone, also 1708, folgen auf Instagram, alle Bilder runter, scrollen und alle liken, damit ihr keine Videos verpasst und auch keine Stories, momentan kommen ja keine Stories, weil Stories kommen 2021, Insta-Stories kommen bald, Insta-Stories kommen bald, in 8. Januar kommt es, aber Freitag, 21, weiss ich nicht, ob das stimmt, also Lass ein Abo da, hab ich mir schon gesagt, und ja, was soll ich sagen, mein YouTube-Kanal, mein YouTube-Kanal, ähm, seit, ähm, ich weiss nicht, welches Datum, irgendwie 2020 hab ich hochgeladen, und mein YouTube-Kanal ist so, so gut, also mein YouTube-Kanal, wir sprechen jetzt über meinen YouTube-Kanal, also mein YouTube-Kanal, ich habe mega viele Videos gemacht, eigentlich, 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 eigentlich lädt ich nicht immer einen neuen, also eigentlich lädt ich nicht immer Video, eigentlich lädt ich Video nur bei Juventus-Ergebnis, also eigentlich lädt ich nur, wenn Juventus-Spieler spielt, dann lade ich ein Video ein, eigentlich, eigentlich lade ich immer Samstag, also eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag, drei Wochenende, ein Video hochladen, einmal Freitag hochladen, einmal Samstag hochladen, einmal Sonntag hochladen, drei Wochenende, drei, also, also, drei Wochenende, drei Videos in einem Tag, also Freitag, also Freitag ein, Samstag ein, und Sonntag drei, drei Videos, weil sonst mach ich nicht mehr so viele Videos, eigentlich mach ich nur einmal Video, eigentlich steht mein YouTube-Kanal Fussball-Challenge, aber es gibt momentan nichts, aber vielleicht kommt es wieder, Fussball-Challenge, und dann, ey, das Fussball-Challenge ist so krass, wenn es wieder geht, Leute, wir sind gespannt, aber dann müsste ich einen fetten Daumen nach oben, über 1000, also 10 Likes kommt das neue Video, wenn es Fussball wieder geht, Fussball-Challenge, also ich sag schon jetzt, 10 Likes, kommt ein neuen Fussball-Challenge, 10 Likes, 5, also 5, also 5 Hand, 5 Hände, und nochmal 5 Hände sind 2, 5 plus 5, 5 plus 5 gibt es 10, und das heißt 10 Likes, wenn das Video, also wenn Fussball-Challenge kommt, auf YouTube, 5, 5 Likes, nochmal 5 Likes, nochmal 5 Likes, 10, ja, das war's mit diesem YouTube-Video, hoffentlich hat es euch gefallen, schreibt in die Kommentare, ob mir, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr meinen YouTube-Kanal gut findet oder nicht, Daumen nach oben ist gut, Daumen nach unten ist schlecht, ob ihr meinen YouTube-Kanal gut findet, und ich würde sagen, das war's mit diesem Video, vergesst nicht, unter Football-App zu runterladen, am besten App, Football-App, ihr könnt alle Fussballergebnisse schauen, Favorit, euer Lieblingsverein, euer Lieblings nationaler Mannschaft, und ja, wenn ihr Bock habt, zu runterladen, und folgt mir euch nicht auf YouTube und auf Insta.